Herzlich willkommen auf dem neuen Weingut Bechtel. Wir zelebrieren heute den Tag der offenen Weinkeller auf eine andere Art und Weise. Wir beginnen mit einem sehr prickelnden WM Aussöl, der sehr traditionell verarbeitet wurde, nach Methode Champenoise, ein gutes Jahr auf den Hefen gelagert, was die ganze Perlung sehr schön integriert. Sehr schöne Farbe hat er auch, es ist Blondes Noirs aus Pinot Noirs Trauben, es gibt ihm ein leichtes Rosé, schöne Lachsfarbe. Hier sind wir im Heiligen Reich, unser Barrikkeller, wo wir ein ganz spezielles Klima haben, mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, dass die hochwertigen Fässer sich ganz gut entwickeln können. Hier zuhinterst gedeiht mit viel Geduld unser Räuschling in einem speziellen Fässchen aus Schweizer Akazien, der die Frische vom Räuschling, trotz sehr aromatisch und reifem Traubengut, sehr schön unterstützt. Er passt dadurch auch klassisch sehr gut zum Fisch. Wir stehen hier im Chardonnay, direkt über unserem neuen Weingut. Der Chardonnay ist ein kaltvoller Weisswein, braucht ein wenig mehr Geduld und die geben wir einen Doppelbarrik auf den Hefen, damit er sich ein bisschen entwickeln kann, schön abrunden. Spannend sicher auch, wenn man die Möglichkeit hat, ihn noch etwas weiterverfolgen in den Flaschen. Darum haben wir auch eine Serie Magnum Flaschen gemacht. Es ist sehr spannend zum Kombinieren auch mit leichten Speisen oder Spargeln, köstlich. Der Senje, eher ein kaltvollerer Blondenoir, aus unseren besten Trauben und Pinotenoir, die wir haben. Er ist der erste Saft, der nach dem Abbeeren von der Trauben von selbst abläuft. Der ist nie gepresst worden. Der ist sehr, sehr schön und verarbeitet. Dadurch, dass es ein kaltvollerer Weing ist, hat er auch ein wenig Zeit gebraucht. Und die haben wir dann in diesem Fessel gegeben, das ist eine sogenannte Doppelbarrik, 500 Liter, die er sich auf den Hefen entwickeln durfte und abrunden. Sehr schön, auch nach dem Essen noch einmal nach vorne zu nehmen, um ein gutes Stück Käse. Der Senje hat eine ganz schöne Farbe, ein leichtes Lachs. Und dass er überhaupt so eine Farbe hat, spricht auch für die Reife vom Traubengut. Der Garanoir, ein frisch-fruchtiger Rotwein. Den haben wir auf einem etwas schwereren Boden. Ein sehr tonhaltiger, nährstoffreicher Boden. Das ist sehr interessant für frische und fruchtige Weine. Der ist interessant, auch zu kombinieren. Wenn man ein wenig experimentell offen ist, auch zu Käse und Fondue. Oder sonst einfach gemütlich zu einem leichten Blättchen. Der Pinot Noir, für den sind wir predestiniert mit unseren steilen Terrassenlagen. Es gibt hier ein wenig einen kaltvolleren Wein, der dann auch ein wenig Geduld braucht. Und diese Möglichkeit hat, bei uns im Barrikkeller in der gebrauchten Barrik sich zu entwickeln. Das ist das Degustationspaket von Bechtelweine, vom diesjährigen Tag der offenen Weinkeller, den Sie ab sofort bei uns beziehen können. Somit wünschen wir Ihnen viel Spass beim Degustieren. Das ist das Degustationspaket von Bechtelweine. Das ist das Degustationspaket von Bechtelweine. Also, in denotschaften gibt es so sehr, sehr viele Ferreren. Das ist das Degustationspaket von Bechtelweine. Ich habe es immer noch seit meiner Zeit.